Was geht ab, liebe Hand und CBD-Freunde? Wir sind hier wieder in Recklinghausen beim Weez. Ich mache wieder eine Runde für euch, dieses Mal mit 3D-Ansicht, also folgt mir auf jeden Fall. Wir haben hier Öle aus Deutschland, Niederlande, Schweiz, alles für Hund und Pferd und Katze, also für eure Liebsten. Hier oben CBD-Dinner-Lady, auf jeden Fall für die Ladies empfehlen es wert. Und einer meiner Favoriten, Recover Me von Breathe Organics, perfekt nach dem Sport. Gehen wir direkt weiter. Das ist das Lieblingsregal meiner Mom tatsächlich. Wir haben hier alle Beauty-Produkte auf Handbasis. Hier zum Beispiel die Hemblein, Duschgele, Shampoos, Bodylotion, alles was das Herz begehrt. Aber auch zum Beispiel Seifen- und Bäder sind Programm. Und für die, die es etwas extra wackelt mögen, Handparfüm. So. 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 So.